Heute ist mein Geburtstag, ich werde Patti anrufen und sie fragen, ob sie Lust hat, etwas zusammen zu unternehmen. Heute ist mein Geburtstag, ich werde Patti anrufen und sie fragen, ob sie Lust hat, etwas zusammen zu unternehmen. Wir wollten heute Abend zusammen einen Film schauen. Hallo Fabi, schön, dass du anrufst. Alles Gute zum Geburtstag. Wo bist du gerade? Hallo Fabi, schön, dass du anrufst. Alles Gute zum Geburtstag. Wo bist du gerade? Hey Patti, vielen Dank. Störe ich dich gerade? Nein, gar nicht. Ich arbeite von zu Hause aus, aber für dich habe ich immer Zeit. Perfekt. Wir wollten ja heute Abend ins Kino gehen. Wann wollen wir uns treffen? Perfekt. Wir wollten ja heute Abend ins Kino gehen. Wann wollen wir uns treffen? Sagen wir so um sieben Uhr vor dem Kino? Sagen wir so um sieben Uhr vor dem Kino? Sehr gerne. Die Uhrzeit passt perfekt. Sehr gerne. Die Uhrzeit passt perfekt. Super, dann bis gleich, Patti. Super, dann bis gleich, Patti. Bis gleich, Fabi. Ich muss schnell nach Hause und mich schick für das Treffen anziehen. Ich muss schnell nach Hause und mich schick für das Treffen anziehen. Letztes Jahr hat Patti mich an meinem Geburtstag zu einer Party mitgenommen. Ich hoffe, heute wird ein entspannter Abend. Wir schauen einen Film und gehen danach vielleicht noch etwas essen. Oh, es ist schon halb sieben. Ich muss los, damit ich nicht zu spät komme. Da kommt sie. Da kommt sie. Hallo, Patti. Du siehst wie immer toll aus. Hallo, Patti. Du siehst wie immer toll aus. Danke, Fabi. Du siehst auch gut aus. Der Anzug ist neu, oder? Ja, den habe ich extra für meinen Geburtstag geholt. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Eine Überraschung? Was kann das wohl sein? Das erfährst du später. Komm, lass uns jetzt reingehen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Hallo, zwei Karten für den neuen Film von Martin Scorsese bitte. Hallo, zwei Karten für den neuen Film von Martin Scorsese bitte. Gerne, das macht 20 Euro bitte. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Danke, viel Spaß beim Film. Ich bin gespannt. Der Film hat sehr gute Bewertungen. Ich auch. Alle meine Freunde haben gesagt, dass er super ist. Zwei Stunden später. Der Film war wirklich super. Ich fand ihn auch klasse. Ich fand ihn auch klasse. Lass uns doch kurz zu dir gehen. Dort habe ich eine Überraschung für dich. Lass uns doch kurz zu dir gehen. Dort habe ich eine Überraschung für dich. Äh, okay. Okay. Und wo ist nun die Überraschung, Patti? Und wo ist nun die Überraschung, Patti? Sie wartet drinnen auf dich. Sie wartet drinnen auf dich. Die Überraschung ist im Wohnzimmer. Die Überraschung ist im Wohnzimmer. Überraschung! Wow, cool! Eine Überraschungsparty! Vielen Dank, Patti! Vielen Dank, Patti! Wow, cool! Eine Überraschungsparty! Vielen Dank, Patti! Sehr gut! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website, likegermans.com, findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß! So, darauf auf. GELTEN 5 5 5 5 40